In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du bei Snapchat Flammen wiederherstellen kannst. Du kennst das Ganze bestimmt, du hast mit deinem Freund oder deiner Freundin bereits einige Flammen bei Snapchat gesammelt und dann auf einmal kommt mal ein Tag, wo du vergisst, ihr oder ihm einen Snap zu schicken, beziehungsweise er oder sie vergisst es, dir einen Snap zu schicken und danach sind die Flammen bei Snapchat verschwunden. Das Ganze ist natürlich super ärgerlich und ich zeige dir in diesem Video, wie du mithilfe von einem kleinen Trick innerhalb von wenigen Minuten die Snapchat Flammen wiederherstellen kannst. Dafür gehen wir zunächst in die Snapchat App und klicken anschließend auf Chat. Wir haben jetzt hier einmal einen Chat mit Max Mustermann, da hatte ich vorher drei Flammen, diese sind jetzt erloschen und ich zeige dir genau in diesem Video, wie ich diese Flammen bei Snapchat wiederherstellen lasse. Also klicken wir anschließend auf unser Profil oben links und danach oben rechts auf das Zahnrad, also die Einstellungen. In den Einstellungen angekommen, scrollen wir jetzt ein gutes Stück nach unten, bis wir zu dem Punkt kommen, ich brauche Hilfe. Und danach öffnet sich ein Fenster, welches dich zum Support weiterleitet. Wir klicken jetzt auf den großen Button, kontaktiere uns und wählen anschließend den Punkt, meine Flammen sind verschwunden. Jetzt musst du dieses Formular einmal ausfüllen, also einmal deinen Nutzernamen eingeben, deine E-Mail-Adresse, diese beiden Punkte sind meistens schon vorausgefüllt, deine Handynummer, dein Gerät, wir schreiben jetzt hier einfach mal iPhone rein. Dann solltest du natürlich auch noch den Nutzernamen deines Freundes eingeben, mit dem du diese Flammen vorher hattest, sodass du diese Snapchat Flammen zurückholen kannst. Anschließend gibst du noch an, wann deine Snapchat Flammen verschwunden sind. Im nächsten Punkt musst du noch angeben, wie lange du Feuer und Flamme warst. Auch hier wahrheitsgemäße Angaben, wenn du jetzt hier einfach übertreibst, dann Snapchat der Support kann das Ganze natürlich herausfinden und könnte dann deine Anfrage ablehnen. Zusätzlich will Snapchat von dir auch noch wissen, ob das Sanduhren-Icon angezeigt wurde. Du wählst hier auf jeden Fall Nein aus. Beim letzten Punkt hast du nochmal die Möglichkeit, dein Problem genauer zu schildern. Ich empfehle dir auf jeden Fall, dass du hier einfach den Text aus dem angepinnten YouTube-Kommentar einfügst, damit Snapchat deine Anfrage im Anschluss auch genehmigt. Wenn du alles ausgefüllt hast, dann klickst du einfach nur noch auf Senden. Jetzt schauen wir nochmal, ob das Ganze bei mir funktioniert hat. Dafür gehen wir wieder zurück in die Snapchat-App, klicken wieder in den Chat und wir sehen jetzt bei Max Mustermann, wir konnten die drei Snapchat-Flammen wiederherstellen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen da. Ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst.